Heute möchte ich dir erzählen, wie du Bauchfett verlierst, wie du es schaffen kannst, im Alltag auf gesunde Weise schlank zu werden. Hier geht es nicht darum, schön dünn sein, weil dünn ja so toll ist, sondern ich habe ja den Kanal ursprünglich aufgemacht zum Thema Fitness und Ernährung. Ich habe ja eine Fitnesstrainer-Ausbildung, eine Ernährungsberater-Ausbildung. Das ist ein Thema, das mich total interessiert, schon seit Jahrzehnten. Ich bin jetzt 39, das heißt, seit ich 20 bin, beschäftige ich mich mit diesem Thema, also schon seit fast 20 Jahren. Und es begleitet mich einfach im Alltag. Mein Training, meine Ernährung, immer wieder darauf gucken und das Beste aus mir herausholen. Mein Ziel ist es, athletisch zu sein. Mein Ziel ist es, wie gesagt, es geht nicht darum, dünn zu sein, sondern dass ich einfach genügend Kraft und Energie im Alltag habe. Dass mein Körper diese Widerstandsfähigkeit hat. Wenn wir Muskeln mit uns tragen, und ich meine jetzt nicht Muskelberge, man sieht es, ich bin eine ganz, ganz normale, schlanke oder eine normale Frau. Es geht nicht um Muskelberge, sondern wenn ich Muskeln mit mir rumtrage, hat das einen positiven Effekt auf den gesamten Organismus. Da gibt es genug Studien dazu, deswegen gehen auch viele trainieren, auch an Geräten und mit Gewichten. Nicht, um einfach nur schön auszusehen oder ästhetisch auszusehen, sondern der gesundheitliche Effekt ist enorm groß. Das merkt man bei Diabetes-Patienten, das habe ich in meiner Familie. Was sagt der Arzt? Geh trainieren, damit dieser Zucker auch besser im Körper sich bewegt. Geh laufen, mach Sport. Es hat einen guten Effekt auf deinen Körper. Die meisten, die trainieren oder die schon seit Jahren trainieren, haben in der Regel kein Problem mit Diabetes. Wenn du auf deine Ernährung achtest und auf das Training achtest, hältst du diese Volkskrankheiten in Schach, in der Regel. So, jetzt mein erster Tipp zum Thema, wie du dein Bauchfett verlierst. Fett ist in Fettzellen gespeichert, ja, also unser Körperfett ist in Fettzellen gespeichert. Diese Zelle muss geöffnet werden, damit dieses Fett rauskommt. Es muss dann rausgeholt werden und das muss dann nochmal in Energie umgewandelt werden. So, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich euch keinen Scheiß erzähle. Es gibt eine Beta-Rezepter-Fettzelle, die ist leicht zu öffnen. Und da gibt es die Alpha-Rezepter-Fettzelle, die ist schwer zu öffnen. Ja, du musst dir vorstellen, jetzt brichtest du jetzt noch Passwörter und Schlüssel, um da reinzukommen, um das rauszubekommen. Und wo ist dieses Fett, was schwer wegzubekommen ist? An der Hüfte, am Bauch, genau da, wo die meisten noch Probleme haben. Unser Körper speichert genau da dieses Fett an für Notzeiten. Wenn es merkt, dass es mehr Kalorien bekommt, als es braucht, wird es sofort gespeichert für Notzeiten. Deshalb ist es, ja, gerade für Menschen, die übergewichtig sind, kann es sinnvoll sein, Kalorien zu zählen. Zu schauen, was ist mein Grundbedarf. Dazu gibt es Videos, die werde ich euch verlinken auf meinem Kanal. Nehme ich auf, ja. Da gibt es Videos dazu, wie du deinen Grundbedarf ausrechnest. Trainierst du, trainierst du nicht? Wie bewegst du dich? Was ist jetzt dein Grundumsatz an Kalorien? Und dann schauen, wie viel esse ich? Da gibt es ganz, ganz tolle Apps, auch kostenlose Apps. Kann ich dir eins gerne empfehlen, was ich selber für mich benutze. Und dann kannst du schauen und tracken. Immer wieder aufschreiben, was esse ich? Ich weiß, dass es anstrengend ist, aber wenn du abnehmen möchtest, wenn du schlanker werden möchtest, fitter, gesünder sein möchtest, was deinen Körper betrifft, kann es helfen, am Anfang diese Kalorien zu zählen. Es ist nichts für schlanke Menschen. Ich möchte hier keine untergewichtigen oder super schlanken Menschen haben, die jetzt anfangen, sich verrückt zu machen. Es geht um Menschen, die wirklich einen zu dicken Bauch haben oder zu viel Gewicht und merken, ey, macht mich fertig, ich möchte mich gesünder ernähren. Dann schreibe dir auf. Das ist eine App, zum Beispiel fddb.info, glaube ich, heißt sie. Es ist keine Werbung oder es ist jetzt vielleicht Werbung, aber kostenlos, nichts bezahlt. Ich benutze sie selber und bezahle dafür jetzt auch kein Geld oder so. Ich glaube, man kann sogar noch mal eine Mitgliedschaft machen, habe ich selber nicht. Ich mache das Einfachste, einfach eingeben und ich mache es auch nicht jeden Tag, nur wenn ich sehe, okay, ich glaube, ich habe heute zu viel gegessen. Da kann man reingucken und tracken, wie viel esse ich denn? Und das ist es, Leute. Wir müssen auch ehrlich mit uns sein. Ich habe viele Frauen, die zu mir kommen, die abnehmen wollen, aber die dann mit sich selber nicht ehrlich sind, ja, die viel zu viel essen, die zwischendurch naschen, die das aber nicht sehen und sagen, ich esse doch nichts und trotzdem bin ich dick. Ganz genau hingucken, was du wirklich isst und verarsch dich nicht. Alles aufschreiben, gerade dieses Zwischendurch naschen. Mal hier ein Schokobong, ein Schokobong hat ja schon Kalorien oder da ein Mauarm oder keine Ahnung, ein Biss in den Nutella Brot vom Kind. Das alles sammelt sich und das hast du dann hier schön an der Hüfte. Das heißt, du trackst deine Kalorien. Videos werde ich dir unten verlinken. Wie viel ist mein Grundumsatz? Und dann übersteigst du es nicht. Du isst dann nur so viel, wie dein Grundumsatz ist. Oder wenn du sogar abnehmen möchtest, gehst du nochmal 100 bis 200 Kalorien ein paar Monate durch, nimmst du das. Das heißt, du isst dann, das heißt nicht, dass du weniger isst. Du kannst sogar mehr essen. Du hast dann gedämpftes Gemüse, richtig lecker mit Quinoa, hat weniger Kalorien als, keine Ahnung, Pommes oder Pizza oder sonst was. Du wirst richtig satt auf Dauer und du nimmst trotzdem ab. Also es liegt nicht daran, dass du sollst nicht weniger essen, sondern nur deine Kalorien tracken und gucken, was esse ich denn da. Und ganz genau gucken, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Manchmal schmiert man sich das Brot, das Butterbrot, hat dann so dick Butter drauf und das hat auch nochmal so viel Kalorien. Und man denkt, ja, so ein bisschen Butter ist ja nicht schlimm. Ganz genau gucken. Der zweite Tipp ist, Lebensmittel, die süchtig machen, reduzieren. Du musst sie nicht sofort wegmachen, aber erstmal reduzieren. Ich habe es in meinem Alltag damals, wo ich mich damit beschäftigt habe, mit Anfang 20, ich glaube, ich war damals 19, wo ich anfing, wirklich mit der Ernährung genauer nochmal da drauf zu gucken. Und damals habe ich direkt erstmal Sprite weggelassen. Sprite habe ich geliebt. Vielleicht kennt ihr das, ich glaube, 7 Up oder wie die da heißen, habe ich gerne getrunken. Seitdem trinke ich den ganzen Kram nicht mehr. Weder Cola noch Fanta noch Sprite, weil ich gesehen habe, was das an Kalorien hat. Unglaublich. Also Sachen, die süchtig machen, komplett erstmal reduzieren. Weglassen kannst du sie mit der Zeit. Ich habe es geschafft, all die Sachen wegzulassen. Wovon ich jetzt gerade aktuell süchtig bin, sind Nüsse. Ja, da bin ich schon seit Jahren süchtig, aber das ist halt ein natürliches Lebensmittel. Er hat viel Fett. Das sehe ich dann immer wieder bei mir, wenn ich trainiere und alles und merke, okay, das Bauchansatz ist ein bisschen da. Ich weiß, okay, es lag an den Nüssen, weil ich ganz genau gucke, wo es daran lag. Aber schau, dass so süchtig machende Lebensmittel, das sind meistens Lebensmittel, die Zucker oder Salz haben und in Fett gebraten sind. Da musst du gucken. Kekse, Chips, Milchschnitte, Kindermann. Es sind alles Sachen, die braucht kein Mensch. Die braucht kein Mensch. Oft sind wir so unbewusst und sagen, ey komm, was Süßes kann ich mir ja mal gönnen. Gönn dir etwas Gesundes. Gönn dir mal eine Kiwi, gönn dir mal eine Mango, die ist auch süß. Gönn dir mal eine Banane, eine Orange. Ananas. Da gibt es ganz, ganz viele draußen, die wirklich lecker sind. Und komm von dem Kram Schritt für Schritt weg. Aber verkneif es dir nicht mit Gewalt, sondern Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und irgendwann magst du die Sachen sowieso nicht mehr. Ich kann euch von mir aus sagen, ich bin null diszipliniert, was das betrifft. Ich habe sie Schritt für Schritt weggelassen und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Warum? Weil ich die Ergebnisse im Spiegel gesehen habe. Weil ich gesehen habe, wie meine Beine definiert sind. Mein Po, mein Bauch, der gesamte Körper, wie er definiert ist, weil ich diese Sachen weggelassen habe. Wenn ich die Sachen wieder zu mir nehme, ab und zu mal, sehe ich das auch wieder an meinem Körper. Also Sachen, die süchtig machen, Sachen, die frittiert sind, also frittierte Lebensmittel, versucht ihr auch zu vermeiden, so gut es geht. Früher habe ich frittierte Pommes geliebt, mittlerweile esse ich die auch nicht mehr. Und weil ich die nie frittiere, weil es das bei uns eigentlich so gut wie nie gibt, ist das auch keiner. Ihr kennt das ja, das, was du zu Hause nicht hast, isst du sowieso nicht. Also Sachen, die süchtig machen, gebackene Sachen, die mit Salz, mit Zucker, mit Fett, mit ganz schön viel Fett, reduziere dich Schritt für Schritt und das ist meistens schon ein ganz, ganz großer, ich weiß nicht, wie das Wort heißt, Punkt. Wenn du das schon weglässt und reduzierst, nimmst du schon am Bauch weg, ab. Bauch weg, am Bauch ab. Wenn du dann noch ins Kaloriendefizit gehst, das heißt, wenn du übergewichtig bist, wenn du zu viel Bauch hast, wenn du zu viel, du merkst, Körperfett zu viel da ist und ins Kaloriendefizit gehst, das heißt, Grundumsatz minus 100 bis 200 Kalorien, wirst du merken, auf längere Sicht, dass du auch da abnimmst. Kein Geheimnis, ganz, ganz einfach. Der letzte Punkt, den ich heute noch mit dir teilen möchte, ist, der Körper nimmt Muskeln und Fett ab. Das heißt, wenn wir abnehmen, nimmt er ja beides ab. Wenn du aber deinem Körper zeigst, ich brauche Muskeln, wird er die lassen und er wird sie dir aufbauen. Er wird die Kalorien, die du aus gesunder Nahrung nimmst, in die Muskeln aufbauen. Und das hilft dir, definierter auszusehen und schlanker auszusehen. Und wie kannst du deinem Körper zeigen, dass du Muskeln brauchst, indem du trainierst? Indem du, gerade am Anfang, wenn du noch ganz Anfänger bist, Eigengewichtstraining. Da gibt es Videos von mir auf meinem Kanal, es gibt auch ein Programm, das ich anbiete, wo ich mit eigenem Körpergewicht trainiere. Mittlerweile benutze ich ja selber Gewichte und alles, um mich nochmal zu steigern. Aber für den Anfang reicht das Körpergewicht. Versuch einfach mal eine Liegestütze. Und wenn das nicht klappt, komm nochmal bei mir auf Instagram. Da mache ich jetzt gerade eine Challenge, eine Plank Challenge. Jeden Tag ein paar Minuten machen. Und wenn du so Schritt für Schritt reinkommst, siehst du, okay, krass. Weil viele steigen in den Sport ein und denken, gut, erst direkt mit Gewichte. Versuch erstmal dein eigenes Gewicht zu tragen. Mach mal eine Plank und du wirst sehen, oh mein Gott, ich wiege jetzt gerade um die 55 Kilo und es ist schwer, mich zu tragen. Klar, ich kann mich tragen, weil ich regelmäßig trainiere. Also mittlerweile halte ich meine Plank zwei bis drei Minuten. Früher konnte ich noch nicht mal zwei Sekunden halten. Und ich habe die Leute angeguckt und dachte mir, was sind das für Tiere? Wie können die da eine halbe Minute oder zehn Sekunden sich halten? Es ist Training. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich so geil bin und diszipliniert bin. Weil ich dran geblieben bin. Klar, es gibt immer wieder Momente, wo ich mal nicht trainiere. Eins, zwei Wochen kommt auch vor. Aber dann wieder reinkommen. Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche, höchstens viermal die Woche. Und gut ist. Und dein Körper gewöhnt sich daran und merkt, okay, da ist Widerstand. Sie brauchen Muskeln. Wir müssen für sie Muskeln aufbauen. Hast du mehr Muskeln, ist auch weniger Fett da. Das heißt, dein Körper, wenn du ins Minus gehst mit deinem Grundumsatz, mit den Kalorien, darauf achtest, dass du den ganzen Mist weglässt, der dir nicht gut tut, und dann noch dazu eins, zwei, dreimal die Woche trainierst, wirst du merken, dass das eine ganz, ganz große Auswirkung auf deinen Körper hat. Eine ganz wichtige Sache möchte ich dir sagen. Deswegen, du kannst nicht schnell auf gesunde Weise Fett verlieren und definiert sein. Auf gesunde Weise kannst du das nicht. Das dauert. Nimm dir sechs Monate Zeit, nicht einen Monat, nicht drei Wochen oder zwei Monate, sechs Monate Zeit, dich an die Sachen jetzt zu halten, die ich dir gerade weitergegeben habe. Und du wirst sehen, du wirst damit auf jeden Fall Erfolge haben. Ziel ist es, und gerade jetzt bei mir, Kunden, die zu mir kommen, Frauen, die zu mir kommen, das Ziel ist, auf lange Sicht einen gesunden Körper zu haben, einen definierten Körper zu haben, als auf kurze Sicht, nur kurz, ja, weil nächsten Monat heirate ich, ich möchte einen flachen Bauch, solche Leute mit solchen Leuten arbeite ich nicht, möchte ich nicht arbeiten. Auf lange Sicht Gewohnheiten etablieren, die dir gut tun. Die dir helfen, nicht auf athletische Weise, nicht jeder möchte athletisch sein, aber auf gesunde Weise einen flachen Bauch zu haben, deinen Körper im Griff zu haben. Das heißt, du bist fit, du bist nicht ständig müde. Du kannst Treppen hoch und runter laufen, ohne direkt aus der Puste zu sein. Du kannst mal irgendwo hinrennen, ohne aus der Puste zu sein. Du hast die Kraft zu tragen, ein Kind zu tragen und so weiter und so fort, weil du regelmäßig trainierst. Und das Schöne ist, was ich jetzt bei mir sehe, trotz fortschreitenden Alters, alles gut mit dem Körper, alles gut. Er wird nicht breiter, er wird nicht lockerer, sondern umgekehrt fitter, weil mein Fokus darauf ist. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video helfen konnte, mehr Bauchfett zu verlieren, wenn du diese Punkte einhältst. Ich werde sie dir hier auch nochmal einblenden, mache ein Bildschirmfoto, klebe es dir an den Kühlschrank und achte da drauf. Es sind erstmal nur die Sachen. Man kann natürlich tiefer gehen ins Thema. Ich bin heute oberflächlich geblieben. Benutze erstmal nur diese Sachen für sechs Monate. Und dann kannst du mir gerne nochmal schreiben, was es dir gebracht hat. Schreib mir gerne, wo deine Problemzonen sind, wo du gerne etwas verbessern möchtest. Fitness, Ernährung, ist es überhaupt ein Thema, das dich interessiert? Ich würde mich gerne interessieren, weil auf meinem Kanal ist ja ganz viel Bewusstsein, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Thema Ernährung und Fitness, also mein Lieblingsthema, was ich wirklich liebe, ist sehr in den Hintergrund geraten. Wenn du mehr dazu haben willst, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich stelle mir auch deine Fragen unten rein. Mache ich auch gerne nochmal ein Video, wo ich alle Fragen nochmal beantworte, mit euch durchgehe. Vielleicht machen wir auch nochmal gemeinsam ein Live. Wie gesagt, das sind Themen, die mich total berühren, die ich liebe, wo ich richtig Spaß daran habe. Aber dann können wir gemeinsam darüber reden, uns austauschen und uns gemeinsam gegenseitig motivieren, dran zu bleiben, auf gesunde Weise uns zu transformieren, positiv, in die richtige Richtung. So, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wundervollen Abend und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.